Tunnel und Campen, mehr kann er nicht! Ach ja, ich bin sofort wieder da. Ich muss mal kurz was wegrollen. Ach ja, Leute! Er dachte jetzt echt, dass der andere Survivor, wenn er mich aufhebt, aufmacht und versucht rauszugehen. Er war aber nicht dumm und hat einfach darauf gewartet, bis ich gegangen habe. Perfekter Randy! So, jetzt habe ich auch eine Paybackkarte in meinem Portemonnaie, herrlich! Kriegst du das nicht hin mit den weniger Kartoffeln? Achso. Machst du übermalst ein bisschen Fett? Ja. Oder kannst du ein bisschen Butter schmelzen? Das wäre geil. Nee, das kann ich nicht. Warum? Mach es in die Mikro, wenn er Notfall ist. Ja. Ja, aber das Bett Butter wäre besser. Nein, das eine ist Margarine, das andere ist Butter. Das schmeckt ganz unterschiedlich. Ja. Dann füttern wir mal das Sparschwein. Hm? Wie lange muss ich dann in die Mikro-Welle? Hm? Wie lange? Nur kurz, so dass es flüssig ist. Ja. Das dauert nur ein paar Sekunden und wenn es flüssig ist, übermal die Kartoffeln schieben. Hast du irgendwo ein Channel für Bilder? Ja. Haben wir. Äh... Chaos Spam oder Chaos Bilder bei Chill-Ecke drinnen? Chaos Bilder Spam. Bei der Chill-Ecke zweite Etage. Die lädt gerade bloß bei mir nicht. Danke Discord. Oh Gott. Dabei ist Trixa gar nicht so scheiße. Man muss ihn halt nur spielen üben. Und wenn man den kann, braucht man nicht zunnen und campen. Uh. Renko. Auf der Karte? Hm, könnte bitter werden. Okay. Gehen wir mal mit ran. Okay. Be. Junge über der Karte von Stecken ist zu hoher Qualität. Jetzt frage ich mich, wie hast du mich von da unten aus gesehen, bis ich mich oben gesteckt habe. Oh, hat er einfach durchgezogen mit der Jen an, Alter. Aura lesen, wenn Jen dreht. Normal, er geht hoch ins Boot. Um die Selbstkannung Tussi zu schlagen. Sag ich doch. Oh ja. Da war ich jetzt, da war ich jetzt pissig. Den wollte ich jetzt anhaben. Da kommt es am Friedschein, wirklich. Ah, hinten wurde ein Jen gemacht, verstehe. Ja, hier ist auch ein perfekter Street-Jen. Du kannst da gerne deine Fissrinne ziehen, aber denkst du... Obercharge. Ja, ich weiß. Daneben, weil ich hängen geblieben bin. Affe. Ich gehe zum Hauptgebäude zurück, weil Street-Jen... Da muss unbedingt einer an den Street-Jen gemacht werden. Ich bin zum Verfall. Und dann haben wir nachher echt übelste Probleme. Hey, alles kann. Ähm, okay. Der war nicht schlecht. Ja, auch Handyfotos haben mittlerweile so eine hohe Qualität, dass es nicht hochladen kann. Und du kannst nicht zu viel auf einmal hochladen. Obwohl der Server ist, glaube ich, momentan geboostet. Alter, der hat einen echten Abfarm-Fümmel. Der Junge. Mhm. Ich bin down. Ja, weil Rennie sich nicht angeboten hat. Deswegen bist du fängengeblieben. Ein kleines Brot muss noch gemacht werden. Ist noch ein kleines Friedchen. Hier steht noch einer für ein Brot und da, wo jetzt die anderen sitzen. Ach, dies war Farnter nicht ab, ja? Super. Ja. Ich hasse den Typen jetzt schon. Ich versuch's noch zu schaffen. Ich kann mir nix versprechen. Ja, ist halt da. Hm, flink. Nee. Ja, ja. Einer, der nur gekämmt und getunnelt hat. Und sich dann einredete, dass er richtig geil ist, der Junge. Ach, herrlich. Ich mach Schrank-Template. Naja, unser zweiter Rennie kann ja nix dafür, dass der eine Rennie ein total idiot ist. Jetzt hat's noch was drauf. Schatzi? Die Kartoffeln hätten noch einen Moment gekonnt. Mhm. Sind doch ganz schön bissfest. Alles gut. Und wie war die, die ich gerade hatte? Ja. Ja, es ist leider mit, ähm, ging's oft so. Gehst du rum? Das wär lieb, danke. Ich hab grad nur das Gäste bekommen, deswegen. Ja, ja, alles gut. Sie ist am großen Boot. Oh. Und ich hab nur eine Hand, deswegen. Ich dachte, sie ist am großen Boot und macht den Jen da. Das wär viel sinnvoller. Ah, das ist er grad, deswegen. Scheiße. Ich hätt's nicht gedacht, dass er dich findet. Ich hab's nicht am Vogel, ich mach mehr Spaß. Alter Junge, mach doch was Sinnvolles, bitte. Wo bist denn du? Ich geh jetzt noch hier hinter in die Ecke. Leg das hier hin und mach's auch. Was hast du da hingelegt? Ah, ich hab doch gestern. Nina! Na, meine Süße, wie geht's dir? Ja, ich guck mir die Bilder gleich an, Fee. Wir haben die Gents schön aufgesplittet. Ja, dank mir. Und bist du dann auch mit, weil ich die sehen kann? Trinkt die schon gut. Ich guck mal, was zu uns auch wieder Ashley macht. Hm, geht im Dreck. Ach, kommt dir auch keiner zu Hilfe, wann du verletzt bist. Und nimm den Hit. Ach, tut mir ja nicht laut. Okay, sie geht abhängen. Okay, sie geht abhängen. Okay. So, was ich? No. Ja, wab ich mir. Er ist immer noch hier. Gut, die machen Jen am großen Boot. Boot oben. Er sucht hier immer noch? Interessant. Scheiße. Ah, man hat keinen Herzschlag, wenn man in seine Pissrinne rennt. Interessant. Aber nicht dumm. Was? Wir haben noch nicht alle Jens? Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Scheiße. Haben sie uns jetzt gesweet-gennt? Wo ist denn der letzte Gen? Willst du mich verarschen? Zwei sind noch bei der Check. Der eine muss auch anders sein. Pissrinne habe ich da einfach nicht gesehen. Das ist jetzt kurz zum Kotzen. Ja, sie geht in den Schrank. Woher wusstest du, dass wir hier sind? Genau in dieser Ecke. Deine Killerinstinkt bekommt, wenn du von dir abgeholt wirst du, ich denke. Ja, jetzt geht er doch tunneln. Finde ich super. Finde das super, dass er jetzt doch tunneln geht. Danke für's tunneln. Na ja, das wird keiner von den beiden rauskommen, außer einer springt aus Versehen aus durch die Luke. So, machen wir jetzt mal kurz Cam aus. Mundi ist. Mein Mann hat Buletten gemacht mit Milchgemüse und Kartoffeln. Ist. Gut. , ich bin da. Okay. Du. Gott. Du.